Musik Willkommen zur nächsten Partie, Werder Bremen gegen Schalke 04, an diesem Bundesliga-Wochenende, also heute und morgen... Wochenende, was bin ich hier schon? Wochenende, das ist so Standard, der Satz. An diesem Dienstag und morgen am Mittwoch zeigen wir euch alle Partien vom 27. Bundesliga-Spieltag. Ist ja englische Woche hier. Und ja, es ging diesmal gut los für mich. Ich habe vorgelegt, an den letzten beiden Spieltagen hat der Mucki ja insgesamt mehr Punkte. Das heißt, ich bin auch unter Zugzwang ganz klar. Wie die Partien alle ausgingen, könnt ihr auf unserer neuen Webseite nachlesen. FIFA-Online-Bundesliga.de. Ganz einfach zu merken, am besten gleich abspeichern. Und ja, Werder Bremen hat ja nicht nur in der Realität eine ordentliche Leistungssteigerung hinter sich, sondern auch in unserem Projekt. Wir haben mal nachgeschaut. Und die letzten vier Spiele hat Werder Bremen tatsächlich mit 1 zu 0 gewonnen. Das ist eine Ansage. Ja, und auch noch jetzt ist Bremen hier wieder sehr, sehr stark dabei. Schalke verpennt mal wieder alles. Das stimmt wohl. Uiuiui. Ja, also hier, Doktor Fumler, ne? Also, gib Gas. Zack. Zack. Ja, nix. Zack. Ja. Äh, hallo? Ah, den hätte ich nicht annehmen dürfen, oder? Nee, ich glaube auch nicht. Ja, deswegen habe ich es lieber gelassen. Oh, jetzt geht's los hier. Gute Atmosphäre. Ja. Ah! Das zählt als Torstoß, obwohl ich es nicht wollte. Zehnte Minute, ich sehe gelb. Oh, wieder Fumler. Gib mir deinen Kontakt. Bitte deine Handynummer auf der, auf der gelben Karte, bitte. Wenn du die rote kassierst, gebe ich dir mein Facebook-Account. Oh, was? Abseits. Das war abseits. Zwölfte Minute, das war schön durchkombiniert. Das war abseits. So, bleibt es jetzt beim 1-0. Äh, ja doch, beim 1-0. Das wäre der fünfte Sieg in Folge. Pizarro. Der Schalke, da muss was kommen. Die wollen dann nächstes, nächste Saison in der Europa League teilnehmen. Ja, da müssen sie jetzt aber abliefern hier. Okay. So, Fumler. Spiel's jetzt mit. Nein, du Idiot. Leck mich doch am Sack. Ich habe damit nicht mehr gerechnet. Ich habe die ganze Zeit voll B gedrückt, weißt du, für zwei Kaffee, um mir den Ball zu holen. Dann habe ich den Ball und drücke immer noch B und dann volle Bulle. Oh Gott, da hatten wir Glück. Näää. Komm hier, hier, Geist. Mach das Spiel schnell, renn. Naja. Naja. Äh. Ja, gut. Schön. Ja, sehr gut, Fummler. Ja, aber es gibt keine Karte, die Handynummer will er nicht. Ne. Es wäre, glaube ich, wieder Naldo gewesen. Schaut ruhig mal nach, wie viele gelbe Karten Naldo mittlerweile hat. Oh. Oh, fuck, war der knapp. Schade. Ja, auch das gibt es ja auf unserer Webseite. Die Torschützen werden separat gelistet. Generell, jeder Spieler hat ein eigenes Profil bei uns. Na, also da sind fast 180 mittlerweile in der Datenbank drin. Oh, Huntela, setz dich durch! Mann, du bist ein Holländer! Jetzt komm weiter. Nee. Ja, hier mal ein bisschen Verstappungssorgen hier, so. Genau, sehr gut. Wer war das? Wer hat diesen Pass gemacht? Den habe ich so nicht angeordnet. Aus. Ja, man merkt Bremen ist gut drauf. Ja, ne, merkt man wirklich. Da hat er den Ball immer noch. Oh. Die wollen endlich mal 2 zu 0 gewinnen. Ja, anscheinend. Noch eine Ecke. Was gibt's? Noch eine Ecke. So, her mit der Pille. Da will ich ihn diesmal hin haben. Genau. Ne. Ui, 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 ui. Keine richtigen Abschlüsse, außer der eine von Huntela, der, äh, frei vom Kasten da, äh, f-f-f- Ja. Ja, der kann nicht mehr rennen. Ja. Oh, Pizarro, schade. Ja, von Schweike kommt gar nichts. Ne. Die Fehlpassquote, die gefällt mir auch nicht. Die ist viel zu hoch. Oh, nein. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Ah. Gerettet. Gut gemacht. Das war scheiße gemacht. Oh, ja, das war's wirklich. Zack. Oh, nein, Mann. Das pfeift er. Das pfeift er. Das war so schön. Ja, das war der Fugler zu hart. Ja, pff. Oh, der verletzt, der schießt. Oh, der schießt ihn rein. Traumfreistoßtor. Yeah. Da vergesse ich sogar mal meine Schiene in der Niere drin. Das war traumhaft. Ei, 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 ei. Geile Sache. Ja, das war auch mein Fehler. Leck die Ziege. Mist. Ja, das war die erste, also bis auf den einen, den du da so total drüber gesemmert hast, hast, äh, dann die zweite Möglichkeit von hier. Ja. Ja, da frage ich mich auch, was der da pfeift hier. Komm jetzt. Finn Bartels. Schönes Hackentor hat er gemacht am Wochenende. Oh, das. Jetzt hier vielleicht die Vorlage. Einkommen. Ja, Elfmeter, oder? Ne. Oh, nein. Kein Elfmeter, glaube ich. Wenn es jetzt die Elfmeter gibt, ne? Coke. Nein, das war die Aktion davor. Aber die Stimmung kocht hier. Ja, die kocht nicht nur im Stadion, die kocht auch zwischen uns beiden. Und wir sind, müssen wir ja mal erwähnen, wir beide sind 800 Kilometer ungefähr voneinander entfernt. Ja. Oh, du. Schöner Pass. Du Lappen. Oh, das war dann zu einfach. Ja, der hat sich verirrt. Schopo-Moting. Gar nix. Ja. Na. Oh. Der hätte sich beinahe dabei gebrochen. Hammer Aktion. Oh, das ist aber auch ein brutales Match hier. Meine Güte. Der hat schon gelb. Und tschüss. Und tschüss. Schon wieder gebrod. Ja. Ich glaube, in der Statistik der Karten hole ich so langsam und dann lasse ich auf. Ja. Ja. Gut so. Weiter. 4 Minuten Nachspielzeit. Oh, und dann fällt das schon ab. Schauen wir mal. Karten. 1 zu 1, du. Also, das war so ein brutales Match. Ich dachte, da gab es jetzt insgesamt mehr. Ich habe tatsächlich mehr Ballbesitz. Sieht man ja selten. Schüsse. 8 zu 3 aufs Tor. 5 zu 1. 1 zu 1 das Halbzeitergebnis. Schussgenauigkeit bin ich deutlich besser. Passgenauigkeit auch. Also, da ist wieder ein Sieg drin für Werder Bremen. 1 zu 0 geht es diesmal nicht aus. Also, die Serie ist schon mal gerissen. Nee. Gott sei Dank. Aber wir sind am Drückerbär. Wir machen das. Schauen das. Achso. Ich kann auf der Stelle, wo einer die rote Karte kriegt, da keinen hinsetzen. Okay. Okay. 5-5-Konzert. Ja. Die Ansprüche bei Bremen sind gestiegen. Ja. 1 zu 1 reicht nicht mehr. Aber die Stimmung ist auch gut, muss man sagen. Gefällt mir. Ja. Ey, 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 ey. Oh, was macht der da? Das war doch gar nicht der Klopf für eine Grätschus. Aber ist der bekloppt? Weiter. Nee. Da hört der auf zu rennen. Hast du das gesehen? Da hört der auf zu rennen. Was ist das denn für eine Moral? Das ist doch eine Spieleinstellung. Dies ist doch... Die hatte Angst. Das ist doch 2. Die Liga. Jetzt schön gemacht. Für Battles. Ja. Genau da. Oh, Elfmeter. Sag mal, wovor träumst du eigentlich nachts? Von einem Elfmeter. Den gab es schon lange nicht mehr. Battles. Das stimmt allerdings. Den gab es echt schon ewig nicht mehr. Oh, Geist. Der lebt wieder. Hat den Ausgleich erzielt. Ey, 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 ey. Eie, ei, 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 ei. Oh. Pff. Und der schnelle Angriff. Ah. Schade. Rauf, rauf, rauf. Brutal. Ja. Brutal. Gut gemacht. Ja. Oh, der kommt noch an. Oh, fuck. Der kommt noch an. Äh. Oh, schön. Jetzt müssen wir. Haben wir. Ey, das war gezogen. Nein. Hallo, Fubbler. Ich weiß, du fubbelst gerne, aber trotzdem. Also, aber Tempo ist drin, muss man sagen, ne? Ja. Sehr temporeich. Müssen alle viel sprinten hier. Komm, komm. Oh. Bisschen dichter. Jetzt. Ne. Rauf. Rauf. Ja, komm. Oh. Jetzt kommen sie hier mir jetzt so leicht durch. Gefällt mir nicht. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Oh, Gott. Oh, nee, du. Mucke wird besser. Scheiße. Scheiße. Ja, komm. Oh, Mann. Lauf doch weit. Du hättest den überrennen können. Aber sowas von. Mann. Oh, die Stimmung. Geil. Die ist echt geil. Oh, nein. Ja, gut. Ja, der fliegt jetzt. Jetzt fliegt er, oder? Nein. Oh, hab ich ein Glück. Der hatte schon gelb. Pizarro legt sich den Ball falsch vor. Jetzt. Komm. Oh, das ist doch kacke, Junge. Kruse. Oh, ist hier Platz. Oh. Erscheint. Riesenchance. Für Werder Bremen. Und jetzt kommt Schalke. Nein. Bremen. Bremen. War das ein echter Nieser? Nein. Ich wollte gerade sagen. Äh. Ja, mit meinem Bumms-Shit. Oh, fuck. Ich lege dem dann auch noch vor. Oh, Mann. Schluss Viertelstunde. Also hier können beide gewinnen. Also ich will da gar keine Prognose abgeben. Ihr könnt uns das mal in die Kommentare schreiben. Wer gewinnt hier? Dieses Match. Ich. Ich. Schreibt einer nicht Mucke, dem feuer ich. War ein Scherz. Komm weiter. Jetzt haben wir es. Nein. Ach, das ist doch. Ja, jetzt bei der Ermahnung. Hm. Ich leg's dir noch tiefer rein, ist vorbei. Okay. Liebens Fritz ist ja jedenfalls tot. Ich bin gerade schon am sterben. Ja, aber das hat man gehört. Oh. Ja, ich bin halt gerade mit Leidenschaft dabei. Frau Hintergrund, drückt mir die Daumen. Ja. Zehn Minuten noch. Oh. 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 Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Halte den. Ja, 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 ey. Oh. Fick den. Scheiße, ey, ey, ey. War das fies, ey. Weg damit. Ja, jetzt. Konter. Oh. Gut. Ja, 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 ja. Alter. Rote Karte. Na? Na? Nee, nur gelb. Naja. Och, der hat sich doch... Also, der ist ja jetzt selber schuld. Aber gut, jetzt hier den Ball erobert. Oh, er ist verletzt. Schön. Ja. Ecke, Ecke, Ecke. Oh, Mann. Ecke, Ecke, Ecke. Du mit deiner Ecke. Oh. Ah. Zack. Boom. Zack. Boom. Scheiße. Oh, Nachspielzeit läuft. Ja. Oh, das gibt's doch nicht. Bremen. Jetzt. Riesenschankspizarro. Oh, greif hier noch mal an. Ah, da musst du nachsetzen. Ab nach vorne mit dem Ding. Zurück. Oh, meine können nicht mehr. Meine können nicht mehr. Meine sind auch tot und unentfiel. Eins, zwei, zwei. Oh, meine Güter. Das war ein Kampfspiel. Ja. Was ein Match. Die Serie von Werder Bremen reißt, aber trotzdem, okay. Punkt ist, glaube ich, nicht schlecht. Seit fünf Spielen ungeschlagen. Ja. Da hast du vollkommen recht. Alle Werte auf unserer neuen Webseite fifa-online-bundesliga.de und hier auf YouTube bzw. auch dort natürlich in der Mediathek gibt es nachher Köln gegen Frankfurt. Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.